Deutsch lernen durch Hören Keine Berufserfahrung Laura und Marco wohnen seit ein paar Wochen in ihrer gemeinsamen Wohnung. Marco studiert noch und geht jeden Tag zur Uni. Laura hat ihr Studium schon beendet. Sie sucht nun eine Arbeitsstelle. In der Zeitung und im Internet findet sie einige Stellenangebote. Sie schreibt jeden Tag viele Bewerbungen. Die meisten kann sie per E-Mail absenden. Manche muss sie ausdrucken und per Post einreichen. Nach einigen Tagen bekommt sie die ersten Antworten. Es sind alles Absagen. Meistens steht als Begründung dabei, sie haben keine Berufserfahrung. Laura ist traurig. Wie soll ich denn Berufserfahrung bekommen, wenn mir niemand eine Chance gibt? Marco hat eine Idee. Warum versuchst du nicht ein Praktikum zu machen? Das wird zwar nicht bezahlt, aber du kannst zeigen, was du kannst. Und du kannst Erfahrungen sammeln. Laura hält das für eine gute Idee. Sie bewirbt sich als Praktikantin bei verschiedenen Firmen. Die Rückmeldungen sind jetzt positiver. Firmen nehmen gerne Praktikanten an. Diese müssen sie nicht bezahlen. Praktikanten geben sich meistens viel Mühe. Manchmal stellen Arbeitgeber Praktikanten anschließend sogar fest an. Laura hat Glück. Sie bekommt eine Praktikumsstelle. Das Praktikum soll vier Wochen dauern. In dieser Zeit lernt Laura viel. Der Arbeitsalltag ist doch ganz anders als die Hochschule. Laura macht das Praktikum viel Spaß. Auch der Arbeitgeber ist sehr zufrieden. Am letzten Tag ruft er Laura in sein Büro. Schade, dass die Zeit jetzt vorbei ist. Er schaut Laura an. Dann lächelt er. Aber ich würde mich freuen, wenn Sie ab nächster Woche wiederkommen. Allerdings nicht mehr als Praktikantin. Frau Müller bekommt bald ein Kind. Sie geht dann drei Jahre in Erziehungsurlaub. Ich biete Ihnen Ihre Stelle an. Sie kann sie in Ruhe einarbeiten. Laura ist glücklich. Jetzt kann sie drei Jahre Berufserfahrung sammeln. Dann hat sie viel bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017